Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und Inselhüpfen ist noch in vollem Gange. Bei mir ist aktuell der 23.12., also morgen Weihnachten und ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben auch richtig knackige Aufgaben noch, wie zum Beispiel 15 Gegner mit der Schrotze, mit der Bar oder der M1911. Wir müssen noch ein bisschen Punkte mit dem Flieger machen und wir müssen ein bisschen versorgen. Was haben wir hier nochmal? Feuer und Sprengsätze. Und dann kommt die Endaufgabe, 50 Gegner als Trupp eliminieren und das kriegen wir da bestimmt irgendwie hin. So, los geht's. Schwierige Aufgaben, schwierige Aufgaben. Ihr findet die Aufgaben diesmal richtig gut. Umso schwieriger, desto besser. Iwo Jima. Iwo Jima ist eine geile Map, aber als Japaner bin ich da eine Null. Also dukt mir die Daumen. So. Wieder Klassen, blablabla. Okay, die Lunde läuft schon. Ich scheine Japaner zu sein. Verdammt, ist aber Durchbruch. Nicht immer mehr. Schon gute Machen. Wilde Schritte hier und mich hoch direkt. Ey, die hat noch einen anderen Feuerpolis. Das wüsste ich gar nicht. Der schießt hier rein. Jetzt habe ich einen anderen Feuerpolis. Was ist das für eine? Oh, desto viel besser. Einfach V drücken. Sieht geil. Wieso kenne ich die auch? Was ist das für einen? Was ist das für einen? Das hat er bestimmt mal jetzt. Ach, Asiapaner bin ich hier grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Ich bin einfach ein schlechter Japaner, muss ich einfach mal sagen. So, ach guck mal hier. Wir haben in diesem Sektor verloren. Modus wechseln. Du hast ein bisschen mehr was von deinem Magazin, ne? Und die Waffen schießen ein bisschen genauer. Mann, diese scheiß Kackpanzer. Geht das wieder? Drei Millionen Panzer. Oh. Komm schon mal bei der Rühne. Jawohl. Was? Was? Na, was? La, 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 la. Gav, ich gucke mich. Wer hat diesen Sektor und geht mir auf. Ich gucke mich! Oh, das ist das. flau, das ist das. Und wer hat das Perfection? Was war der Marien? Was war der Marien? Ich bin mal bei der Rühne. Geh, das ist ein Knackpanzer. Das ist das. Warte mal wo. Ja. Lackshot. Ich haue alle was. Kein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich muss noch ein Verschlinger. Ich kenne dich so. Ich kenne dich so. Ich kenne dich so. Ich kenne dich. Nein Gott, nee Alter. Das überleben die immer. Weißt du? Ich sterbe da instant. Panzer. Letztesstück nachladen. Man über den größten Hügel klittert. Dummkopf. Flieger? Flieger würde ich ja auch noch nehmen. Flieger! Flieger! Mann! Da hast du schon mit dem Rücken einen zu dir und dann schaffst du es trotzdem nicht, du Trottel, ey. Wenn wir nichts unternehmen, verlieren wir Ziel Anton. Die Aufgabe auf den Proben. Komm her! Was? Können wir da vorher fahren? Komm! Was war das denn? Ja! Boah, was ein dumm Gezucker von mir. Aber ich hab ihn getroffen. Ist doch besser, wenn die schneller schießt, finde ich. Aber das ist halt nur mit dem Magazin so schnell leer. Ach, ich hab ihn doch gar nicht aufgewertet. Fällt mir gerade auf. Schau nicht laut. Der V-Modus. Langsamer schießen. Länger was vor mir. Ich bin so ein dumm Gezucker. Tschüss! Was muss ich denn dann, oder? Hab ich das schon erledigt? Das ist so vorhersehbar. Vielleicht kein Flugzeug da. Das ist so vorhersehbar. Das ist so vorhersehbar. Verteidigt. Sieht gut aus. Also nicht wirklich, aber... Ja, klar. Guck mal, der hundertste Sekunde, bevor ich spawnen darf, ist der dann im Gefecht. Immer dasselbe Müll, ne? Hinter mir war auch noch einer. Oh, wir sind schon in der Endaufgabe. Oh, der fliegt schon in seinen Ewigkeiten rum. Scheiße, was haben sie? Da ist nichts mehr zu machen. Ich hab sie nicht erwischt. Wir verlieren ja schon die ganze Zeit, man. Wollt ihr denn hin? Immer wiederhergibig sein. Das ist die ganze Zeit. Ich schief! Ach warte, nein! Je gucke! Ach Warte, ich lasse! Ah? Nein! Ach. 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 war ja klar ab wunderbar ja 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 Alter, der hat wieder einen Headshot überlebt, ey. Hier sind ja nur noch Leute, komm. Das sieht aus, Sandys. Er rennt weg. Die Fertigungen hat ihn verletzt. Camping-Term. Warum hilft ihr mir nicht? Ich kippe mal wieder nix mit dem Ding. Ach, ihr läuft ja gerade relativ gut. Ich bin ja so... Ich kann Mokkyou, Mamone! Wir verlieren Ziel, Anton! Ich bin ja so... 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 Ah, ich bin ja so... hey lass sie nicht stehen mein freund die japanische Ehre was ist denn das? kann man es denn da? kakosurunda oh der Panzer habe ich noch gesehen Ich will jetzt gerne eine Runde fliegen. So. So. Da muss ich hier hin. Schnelles Feuer. Ach komm, ernsthaft, Alter. Ich stehe. Alter, wie viel Brennung da? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, dass ich. Ich kann's, das ist der Ready? 干て. Gehen wir ballern. Versorgung hier eine halbe Stunde, wenn ihr wollt. Oh! Ja! Hehehe! Ich hab' ihn hier! Hey! Ich hab' ihn hier! Hehehe! 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 So! His? Hehehe. Hehehe. So da. Töodor! Oh! Geh! Wir sind die Begründung! Der Werther ist jetzt in unsere Hand! Nix. Ich muss sogar nicht ganz wieder wieder. Da Wir können fliegen Ich kann schon an dem Panzer vom Eil schießen, der wird auch nicht aufgeklärt. Oh, papp, 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 papp. Äh, seitenkirchen. Scheiße. Einmal ein Hunter, Alter. Auf Distanz ist wirklich V besser, also langsam beschießen. Ist halt etwas zu genauer. Ich habe ein schönes Einzelfeuer hin. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ein A-Z-P, ja, ich habe die Schnauze voll. Mein A. Guck mal, wie schnell ich wieder tot bin, ey. Das ist doch unfassbar. Plopp, tot. Und ich muss die 14 mal treffen. Das ist doch dämlich. B. Verteidigen. Mann, ey, ich habe mal B gespawnt, ey. Spawn da irgendwo bei X. Ah, jetzt tauschen. Mann, ey. Also nicht, jetzt. Wichtig, mich trifft der Ulmer. 100% war das noch nicht safe. Alter, der hat einfach geschossen und während der Geschosse hat er sich gedreht und mich getötet. Okay, letzte Verteidigung, ne? Na ja, in den dummen Geschützen bringt sie eh nix. Ich schieße da zum Wasser hin. Boah, das wäre ein Kriegnerpanzer, aber so schnell. Ey, da hast du gar kein Radius mit dem Ding, ne? Null. Was war da hinten? Warte noch auf dem Flieger. Wo ist das? Okay! Warte! Warte Das ist doch ganz schön, die Routen gehen ganz schön glänzend, ne? Die wollen hier auch, glaube ich, rein. Da wird das noch einmal zusammen passieren, glaube ich. Die wollen jetzt alle in die Höhle. Eigentlich perfekt. So wollen wir sie umführen. Man, die stehen immer im Weg. Die gewinnen dann aber auch immer, ne? Ich bin dann der, der nicht weiterlaufen darf. Und jetzt wird natürlich gelebel. Wir machen, wir sehen nichts. Da! Recker! Kannst du einen drauf lassen, Alter! Der kommt da um die Ecke und tötet mich instant. Die wissen immer, wo du bist. Die wissen exakt, wo du sitzt. Die wissen exakt, wo du hier sitzt. Das ist unglaublich. Seht ihr das? Es ist unglaublich. Ja! Es wird nicht wiedergelebt. Du bist ja nicht wiedergelebt worden. Das war's für heute. Wir haben Zielaktion verloren. Geht's auch. Geht's denn hier hin? Ich hab schon mal, ich hab's doch gar keinen Kill mehr gemacht. Dann kann ich mal wieder gehen. Ich hab sie. Geht's. 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 Alter, wie behindert ist das denn? Dudava Panzer. Ich schiebte mich da vor den Gegnern. Erzähl mir doch keinen hier, dass das ganz normale Spieler sind, ey. Wir oberen uns so weg, ne? Rennen. Rennen wir mal wieder, ey. Oh, sonst ist das schon erwischt. Unter Arbeit. Sie laden von eingenommen. Zurück ins Kampfgebiet. Wird bald... Wo denn? Kommt ihr denn dahin? Was ist denn das? Oh, shit. Mann. Wo kommt ihr denn von hinten? Ist ja kein, kein Japaner mehr gewesen. Tja, schaffen sie nicht. Guck dir das an, ey. Wir verlieren viel Wasser. Aber warum wüsst ihr, dass sie da... Ja, okay, jetzt tutteln. Da kommt man her, ist klar. Aber instant erschossen. Instant. Ich hab nicht mal... Ich hab ein bisschen schießen dürfen, das war's. Aber seine Kugeln sind komischerweise stärker als meine. Bisschen jetzt hier, wo der Arschluckler ist. Läuft aber ganz komisch. Gute Arbeit, wir haben uns die Wärter geholt. Wie kann der eine Typ eigentlich auf unserer Seite immer, immer den Flieger kriegen? Der hat dauerhaft den Flieger. Wie, wie, wie mach ich das? Wie kann man dauerhaft immer, immer Flieger sein? Du musst weiterkämpfen, Soldat. Deswegen dieser V-Modus. Deswegen besser. Das war jetzt tatsächlich... Mehr Munition verschießen, als irgendwas zu treffen. Ah, der weiß nicht mehr. E irgendeine Chance. Da. ToD. Und ich muss... Und dann ist der vielleicht tot. Aber bei mir reicht... Und ich bin tot. Alter, es ist so schlecht an dem Spiel einfach. Egal, was je hier patchen, ne. Es kommt einfach nicht rüber. Es kommt nicht rüber. Du hast nie das Gefühl, dass du wirklich eine Chance hattest. Seht ihr? Mit einem blöden Werfen. Blöde, blöde Branden. Oh, wir eroberten A zurück. Alter, was ist das ausgeglichen? Unglaublich. Gut, wir haben Zielhand von übernommen. Oh, schade. Aber Sieg. Wollte nochmal an den Dings werfen. Warte mal Runde, Alter. Tausend Leute hat Hacker beschimpft. Sorry dafür. Das ist halt komisch. Du kommst in der Ecke, bam, tot. Und du kommst in der Ecke, siehst den und machst bam, 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 bam. Oh, da passiert gar nichts. Oh, da passiert gar nichts. Sollen wir mal aufwerten? Das sind das ja alle nichts. Oh, viel Freilich habe. Oh, hier. Oh, hier, zack. Oh, hier, zack. Die fette Bar. Was soll der Unterschied sein? Geil, grün. Gammeliger Look. Durchbruch. Die Modus ist echt hardcore. Der Flieger ist schon weg. Wie geht das? Torber, Torber! Das war ein Feiter! Ich guck mal, der hat lange, bis er überhiss. Mini-Erfolgs-Run, Timmy ist lüglich. Das ist nicht das Ziel, was ich hier filmen muss. Landung. Die Munition hier. Vorwärts. Erobert das Ziel dort. Wow. Ach, ich bin tot. 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 Ich guck mal, die da hin, wo ich hingucken will. Ich bin tot. 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 Langsam fahren. Wir sind aus dem Panzer geschleudert worden. Ich hab ihn schon wieder... Ich hab ihn überliebt, oder was? 50 versorgt. Was lange? Vorwärts! Errobert das Ziel dort! Oh, was war es? Oh, was war es? Oh, was war es? Guck! Ich will deine Haare schmieren. Begleit mir. Die gehört zu. Man, wie viele Headshots muss man denn machen, ey? Endlich mal. Treff, 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 treff. Und er stirbt nicht. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. 18, Alter. Nur 18 Damage gemacht. Die Herausforderung mit der Bar ist echt heftig. Da kriegst du gar keine Kills mit. Wenn man 80 mal treffen muss. Ein bisschen Munition, Soldat. War ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Verteidigend. Hier, Munition. Mach was draus. Das ist ja verboten. Alles wieder gut, Tika. Okay. Nimm, die Munition hier. Die Munition geht aus Haus. Ich bin zu spät. Da wiegt noch mehr Hammerwatt. Oh, Brekade. Was für was. Was. Keine Sau hier. Was das für ein dummes Geschütz wieder ist. Guckst du nirgends hin. Was ist. Mini Fensterchen ist hier. Was gibt es hier? Was hältst du denn bei Magik? rer. Ich will Kraft Radio es. Guck. Vorsicht, Flugzeug. Vorsicht, Flugzeug. Was? Ich dachte, der wird down. Alter. Was für ein Unsinn. Aber ich werde so schnell gekillt, ey. Und ich muss den da 500 Mal treffen. Ich will mal fliehen, ey. Bock zu fliehen. Oh, der klaut mir immer den Flieger. Flieger-Schwein-Klauschwein. Position, hier. Pass das gut bei mir. Wo ist er rüber? Warum? Ich will mir ja vorstellen, ich kann auf. Nein. Keine Schnitte, ey. Das sind so drei Stücke, ne? So einzelne kleine... ...kleine Feuerstöße sind besser. Das ist halt schwer zu treffen mit dem Ding, ey. Warte, stationäre Waffe, was? Schnell. Schnell. Wing. Nimm die fucking A ein. Wofür hast du denn, die gibt's sonst? Oh, ich bin vergessen. Nein, die Spuren. Alle mit den Spuren. A wird eingenommen. Fass. Fass. Das ist jetzt schwierig, ey. Niederhaltung. Ich schaff ja alles. Nur die fucking Kills. Funktion verteidigt, das Ziel dort. Ah, Luckshot. Da müssen die eigentlich schon wieder in einem anderen Modus. Hier. Munition für dich. Das ist ja ein sehr auffälliges Schießen. Aber ein bisschen was geschafft. Nein, wo ist denn... Oh... Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Oh, Luck. Nein! Ich bin leer. Ich bin leer. Nicht so schief. Aber gut, punkte der bitte Bar gerade. Gefällt mir. Ah, wird eingenommen. Ich werde ja mal abnehmen jetzt. So ruhig hier. Oh, lange wird es gedauert, ey. Mist. So. Was? Ich bin hier reingefallen. Ne. Alter, das war nur Lack. Ziemlich der alte Hacker hier. Ich glaube ich bin hier. Achso. Ein bisschen Munition. Sicherung des Sektors ist abgeschlossen. Los, verteidigt das Ziel dort. Was ist denn da? Die Soldaten, attackiert den nächsten Sektor. Ihr macht mich fertig. Hör mir den Appilleriebeschuss an. Der trifft. Ne, nicht so. 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 Töten tue ich damit ja eh nicht. Nichts, Alter. Ich treffe überhaupt nicht. Muss ich denn das Wort noch erledigen? Ja, diese 50 Gegner, während wir angreifen. Fliegerpunkte. Und ich glaube Katana tot. Wer ist es gar nicht mehr? Nein, Gott, ne. Nein, Gott, ne. Tausende von Kugeln und nix trifft. Oh, ich glaube ich. Ich glaube ich. Ja, ich höre. Was? Ich bin mit dem Rollen Soldat. Geht! Ja, okay. Ja. Oh, Double. Wenn wir mal das geschafft haben. Oh, scheiße. So. Kommt die weg. Das ist hier was aus dem Leben. Kommt die weg. Komm her, komm her, komm her! Was ist das jetzt offen? Nix hier! Frage der Zeit, wann Timmy weggeschossen wird, ne? Oh, 14-2, gut! Bin ja fast sogar zufrieden mit meiner Leistung. So, jetzt gib mir doch mal nen scheiß fucking Flieger, ey! Tappen, drei Stück unterwegs. Herr Robert, das verdammte Ziel! Was macht der ja? Was macht der ja? Was ist denn da? Was ist denn da? Kannst du überhaupt ner Mühe reagieren könntest, ja? Alter, was macht ihr denn mit den scheiß Fliegern hier alle? Oh. Nix der Sache. Ich brauche ja nicht mehr viele Punkte. Verarmung magiert. Los, los. Wee. Das ist nix, aber gar nix. Oh. Flieger-Faust hat er gesehen, dann ist er vorbei. Oh, oh, oh. Steuert sich irgendwie anders. Ich weiß auch nicht warum. Ein Schlagabfall. Arigato. Oh. Ja, man erkennt ja nix. Das ist Blude. Fast down. Oh. Wir verlieren Zielwerfer. 21.50. Wir verlieren Zielberta. Gar nicht. Ich verliebe Zielberta. Markiert mal vor. Kannst du noch ganz wenig Damage machen. Wir haben ja zwei Ziele in einer Runde geschafft. Wir haben ja ganz schlecht. Wir haben ja zwei Ziele in einer Runde geschafft. Nichts getroffen, Alter. Aber ne Flieger-Faust im Gegenschein. Wir haben die Hälfte unserer Soldaten verloren. Was ist schief alles hier? Soll ich das? Ah, jetzt haben wir ein Schöner. Wow. Was? Halt die Kontrolle! Einfach rein. Ja, da war auch der voll. Ja, hello, Mato. Bin ich. Oh, viel Arsch, ey. Oh, das geht ja gut. Zutiefst zu schnell. Gut, wir haben Ziel Anton übernommen. So, mit Feuer und Sprengstoff. Ihr müsst das Ziel verteidigen. Ihr müsst das... Ihr müsst das... Ja, komm, sei nicht im Kampf. Versuch mit der Granate! Lackst du, Timmy. Das Ziel dort! Nehmt es ein! Unfair. Wieder unfair. Einfach so. Weißt du, der sieht dich, du fällst tot um. Hallo, Sojad! Hallo. Panzerfahrer ist jetzt an die Kacke hier. Da ist Gefahr, Vorsicht! Stürmen! 26, die Hälfte haben wir schon. Selbstmord von Mission hier. Wie weit? Ja, fahr rein! Überlegt euch das mal, ich wäre schon wieder achtmal tot! Ich hab eine Granate für sie! Das hat vor mir! Das Telekom ist genau pünktlich. Ah weh, wir haben beides. Gute Arbeit! Jetzt gehört der Sektor uns! Da warten wir eine Sekunde. Hab ich das Gefühl oder gehen die Runden in letzter Zeit länger? Ich hab nur das Gefühl, ne? Ja! 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 Scheiße! Die Schütze kann in jeder Barriere! Kacke! Das ist so ein nulles Sandsecker! Ja! Werfen! Vorsicht! Seht euch das an! Wo ist er denn? Wir haben einen Strengschaden verbunden. Erobern wir dieses Team! Attaquiert den nächsten Sektor! Auf! Ach! Hä? Voll erwischt, ja? Nochmal. Das Ding ist Schrott. Wahre Worte. Direkt drauf schießen. Ich glaube wir haben den... ...und... 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 ...die Aufgabe schon gelöst. So schnell sehen... ...wie wir sie gelöst haben. ... ...er ist futsch. ... ...stirbt auch nicht, ne? ... 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 geschützt sein, ey. Ich glaube, der ist ausgestiegen, da ist er. Aber der dürfte da eigentlich nicht mehr laufen, ne. Kurze Feuerball. Ich habe keine Probleme gehabt mehr. Da ist er dich, sehe ich. Das ist schon locker. Ich habe eine volle Möhre getroffen. Ich habe keine Probleme gehabt. Oh, ne. Häuser scheinbar. Ich kann alles raushauen. Oh, ne. Oh. Was, hat er da so krass aufklärt gerade? ich hab nie gesehen irgendwie macht fliegerjagd mehr spaß schwieriger aber macht mehr spaß das ist nicht gut sagt warum hat zeit habe ich schon gewundert warum dann keiner dem das geschütz ausschaltet 50 gegner das passiert ja von alleine katana kill er ist schlau er taucht und 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 benötigt. Artilleriebeschuss auf diese Position. Geht bereits auf dem Weg zu euch. Warte. Zwei. Ja, klar. Feuerschaden muss ich noch machen, oder? War das nicht auch nur eine Aufgabe? Gerade durcheinander. Oder gerade... Eh, das war der mit dem Bomben-Schaden. Aber Katana, wie soll ich das denn hinkriegen? Das muss ja irgendwo liegen, das scheiß Ding. Nimm ihn mal ein. Ja. Gut so. Lange Wehchen. Und dann ins Beschossene. Ne? Das ist ja so Schritte, aber nur in den Kügel. Wasser, ne? Ich hab's schon mal abgedreht. Ich hab's schon mal abgedreht. Ich hab's schon mal abgedreht. Ich hab's schon mal von unserer Richtung. Gut gekämpft! Ziel an, von der Oberfläche! Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Ist auch gut. Was ist denn? Was sind diese alles treffenden Menschen? Verlieren! Verwägt euch, Soldat! Vor schon wieder gesichtet, ja. Verwägt euch, Soldat! Vor schon wieder gesichtet, ja. Verwägt euch, Soldat! Hörger! 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 Boah, wie lange geht das schon eigentlich? Hörger! 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 Na gut, wir werden fast gut brauchen. Oh! 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 Jetzt wiederueel Kills Folge! Ich hab' das ganze Verlust links gemacht! Wir brauchen Unterstützung, ein Nachschubbehälter. Klauselgruppenführer, eine Ausrüstung kommt. Mann, das war ein sicherer Kill. Alarm, wir verlieren Ziel, Anton. Sie ziehen sich aber um die Runde, aber sie sind gut, machen Spaß. Wir haben einiges erledigt, dann gucke ich das an. 16.000 Punkte. Und nochmal, Arsenal in eure Runde. Weiter geht's hier, krass. Also wir müssen in der nächsten Folge, bis dann.